Moin Leute, heute gibt es einen kleinen Quick-Tipp für Final Cut Pro X. Es geht um die E-Mail-Benachrichtigung, sobald ein Film fertig gerendert ist. Ja, man kennt es bei langen Projekten, die teilweise mehrere Stunden brauchen, um gerendert zu werden. Da möchte man ja nicht immer am Rechner sitzen und da zuschauen. Die Zeit kann man anderweitig nutzen, also nicht einkaufen oder Wäsche waschen oder irgendwas anderes. Es gibt die Möglichkeit, ein kleines Programm zu schreiben, das eine E-Mail verschickt, sobald der Rendervorgang eben beendet ist. Und das erkläre ich jetzt. Zunächst einmal müssen wir den Automator aufrufen. Das ist ein internes Programm, mit dem man Arbeitsabläufe und eben auch Programme erstellen kann. Ja, Arbeitsablauf wollen wir in dem Fall nicht. Wir schreiben, also schreiben in Anführungszeichen natürlich ein kleines Programm. Und das wählen wir aus. Und ja, zunächst einmal möchten wir Mail öffnen. Dazu Programm öffnen. Programm starten in dem Fall heißt das Ganze. Das ziehen wir hier rein. Und jetzt haben wir hier ja schon die Auswahl an Möglichkeiten, die ganzen Programme, die installiert sind. Da wähle ich natürlich Mail aus. Und hier unter Optionen sollten wir den kleinen Haken setzen, Eingabe dieser Aktion ignorieren. Das bedeutet einfach nur, dass das Gerenderte, die Datei eben nicht angehängt wird. So, Programm starten. Mail ist erstmal offen. Jetzt wollen wir eine Mail schreiben. Neue E-Mail ziehen wir auch hier rein. Und jetzt könnt ihr hier eben eure E-Mail-Adresse angeben. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Aber ist eben beliebig. Betreff könnt ihr auch angeben, was ihr wollt. Exportvorgang beendet. Und hier ein klassisches Hooray. Account, Standard-Account. Könnt ihr auswählen, was ihr eben wollt. Unter Optionen müssen wir nichts machen. Ja, die E-Mail ist quasi verfasst. Jetzt muss sie nur noch gesendet werden. E-Mails senden. Das ziehen wir auch hier rein. Hier, bei den meisten müsste es auch so klappen. Ich habe hier bei mir noch eine kleine Pause eingefügt. Einfach aus dem Grund, da Mail bei mir eben die E-Mails dann automatisch abruft, dauert es einen kleinen Moment. Und dass sich da nichts in die Quere kommt, warte ich hier circa 10 Sekunden. Dann sind die E-Mails alle empfangen und die E-Mail kann dann auch ohne Probleme gesendet werden. Da kann man ein bisschen ausprobieren, ob das nötig ist oder auch nicht. Aber an sich stört es ja auch nicht die 10 Sekunden. Genau. Also, letztlich ist das schon das Programm, was wir geschrieben haben. Und in dem Programm steht nichts anderes drin, als dass eben Mail geöffnet werden soll. Es soll eine neue E-Mail verfasst werden an diese Adresse mit diesem Betreff und diesem Text. Dann eben die Pause, in Klammern, je nachdem, ob es auch ohne geht. Und am Ende sollen eben die E-Mails gesendet werden. Das Ganze speichern wir. Ich speichere das jetzt mal auf dem Schreibtisch. Ich habe hier schon das Programm, ich überschreibe das jetzt einfach, ist eigentlich egal. Das könnt ihr auch benennen, wie ihr wollt. Und im Automator war das schon alles. Jetzt gehen wir zu Final Cut Pro. Ich habe jetzt hier ein Projekt, was nicht ganz so lang ist, dass es schneller geht. Wenn hier alles fertig geschnitten ist, geht ihr auf Exportieren oder Projekt bereitstellen, Originaldatei. Da könnt ihr eure Settings auswählen, wie ihr das eben wollt. Ich mache das jetzt ganz einfach. Und hier gibt es den Punkt Öffnen mit. Da kann dann eben ausgewählt werden, ob am Ende noch ein Programm geöffnet werden soll. Oder eben QuickTime Player zum direkten Anschauen oder zu iTunes hinzufügen. Wenn ihr das Ganze einrichtet, dann ist dieser Punkt Export to Mail oder wie ihr eben das Programm genannt habt, noch nicht da. Dazu geht ihr einfach auf Andere und sucht euch das Programm eben aus, wo ihr das gespeichert habt. Bei mir ist es jetzt eben der Schreibtisch. Könnt ihr aber auch in Programmeordner packen. Ist überhaupt kein Problem. Das heißt, hier ist eben das Häkchen dran, dass das am Ende passieren soll. So, jetzt klicke ich auf Weiter. Ich speichere das auch mal auf dem Schreibtisch. Dann gehen wir auf Sichern. So, ich habe jetzt die Hände weg von der Maus. Export erfolgreich. Rechts oben steht es schon. Wir warten ein paar Sekunden. Wie gesagt, ich habe jetzt die Pause drin. Zehn Sekunden. So, und da ist die Mail auch schon. Und hier steht Exportvorgang beendet. Hooray. Und wenn ihr jetzt beim Einkaufen wart, wisst ihr, okay, geil. Alles fertig. Ich kann nach Hause. Passt alles wunderbar. Das war es von mir. Ein kleiner Tipp. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi und ciao. Bis zum nächsten Mal.